ja so ja ja hallo und willkommen zurück zum Wüttel 3 ich muss mich gleich noch entschuldigen für den letzten Part ich war letzten hat genauso blöd wie der Trolder und genau und genauso müde wie schlag mich tot ich weiß nicht mehr wie einer heißt du ich schlafe du wirst schon zu Takträume die so unendlich ist ja auch egal wie dem auch 2 wir machen weiter ja auf die Fragezeichen ja und diesmal bin ich topwit nicht so wie beim letzten Part da habe ich nämlich die Nacht fast durchgemacht sozusagen habe davor noch bei einem Metro aufgenommen eine Stunde oder zwei ich habe keine Ahnung komm da runter du Kackhaufen hä hä okay mehr schreien kann er nicht dieser Haufen von Huhn abgeschlossen na gut dann holen wir zuerst einen Brief und Schüttel unverschickter Brief ist mir viel zu viel zu lesen mit Gift ja das war ein super Quest super abgeschlossen na gut dann nach oben plötzlich kommt einfach vom Meer raus du weißt schon das ist ein Wassergaul aber na gut Moment ich mach ein bisschen lauter machen wir ein Netz jetzt da flutsch flutsch ohja 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 das ist ein schnack das ist ein voiced das ist ein der україн und der diese ich noch でも dass God Was ihr lesen wollt Muss einfach ich habe keine lust zu lesen Macht ja auch nichts an der story Anders Ich dachte schon das ist jetzt die ruhe Oh Geralt hast du hier schon Anfall Oh Erdenvolksstiefel Das ist ein Stahlblech Oi Lorten Wie man es auch sprechen mag Hab hier haben wir schon letztes Mal gehabt Der ist scheiße Boah die Alter schaut ja mal die Bonis und den Kack an Die Stiefel sind eigentlich richtig geil Da ist nur Angriffskraft drin Also mit Relikten kann man auch ein sehr gutes Equipment Zusammenstellen Zusammenstellen Oh wir haben eine große Aksi Die müssen wir eigentlich fast reinhauen Denn dann könnte man da z.B. Quen raushauen Und da auch noch oder da auch Quen Weil ich habe hier Drei große noch Von daher Okay jetzt kann ich verkaufen muss ich mir merken Die kann ich verkaufen Ich frage mich immer noch wo die Bank ist Was haben wir bei Alchemie eigentlich Bei Alchemie Alghul Absurd Adrenalin Punkte werden außergewöhnlich schnell generiert Bis der erste gegen Bis der erste gegnerische Angriff erfolgreich ist Machen wir einfach mal Blaus Mut tragen Oh ja da haben wir sehr viele Frag ich mal ob die ich eigentlich verkaufen kann Die Alkohol Lassen wir mal Verbesserter Drachen trauen Setz an egal was Graswolke frei Die Ballentzündung explodiert verstärkte Effekt mit Chance verbrennt zu wirken Überleg' ne Katrätze Katrätze und ja schon mal was Bomben haben auch wieder weitergebracht ja das war es eigentlich schon wir haben fast jeden absolut schon also wo wir die Rezepte haben vom alten Waldschrat Pusteblume Scheiße also Waldschrat und Droll müssten wir eigentlich noch bisschen looten ähm ja wo war das nächste Fragezeichen ich schau nochmal da hinten weil keins mehr jetzt darf man der Maus nicht draufklicken sonst spawn ich wieder irgendwo hin wir haben nur noch Prozent nicht mehr viele das hier Apo noch na gut all das Alnes and alles Robo Al nörse Haus hängt schon wieder Bitte was Oh Gott Wo laufe ich hin? Ich laufe immer die scheiß Punkte nach Ja die kann man aber auch nicht weg machen Höchstens ein anderer Quest Aber hilft mir dann auch nichts Verzeihung dass ich In die falsche Richtung gelaufen bin Wir haben unsere Mädels nicht aufgeschopft Die Gäns Wow Verdietlager Entschuldigung Wollte ich nur unterbrechen Noch weil der nicht kommt Auf 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 Oh Oh Handschuhe Auch nicht schlecht keine schlechten aber unsere sind ein bisschen besser ja, Draht nehme ich mal mit nun gut da wir jetzt nur noch zwei, drei Stück haben ich weiß jetzt nicht wo genau das Fragezeichen ist was oben ist oder unten an der Küste von der Stadt weiß ich nicht im Notfall hüpf' ich einfach runter auf gut Glück, dass ich im Wasser lande ich glaube, wenn ich da lang gehe hat kein nein ja ich hoffe, der hat gespeichert irgendwo ich sag doch, der Fallschaden, der ist so unrealistisch in dem Spiel also finde ich jetzt guck mal, das sind das sind drei, vier Meter vielleicht ich habe keine Ahnung, wo ich da jetzt hinkomme da hat es auf jeden Fall keinen Sinn huch, doch hat doch einen Sinn doch oh was wird das jetzt hier komm, das ist das heilige Feuer oh da kennt mich einer oh, ein Ort der Macht ein Ort der Macht ich sollte Kraft daraus ziehen ja, war es der Zufall, dass es irgendwie ist okay jetzt kommt der Moment oh, ich glaube, das schaffe ich nicht ich will aber da runter hüpfen guck mal auf der Karte am wenigsten ich will da runter hüpfen irgendwie irgendwie habe ich das oh, 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 oh nein, nein, nein nein, 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 nein ich wollte es gar nicht okay ähm jetzt wissen wir, dass man da nicht runterhüpfen kann ich will aber nicht in den Umweg gehen komm, ich versuche jetzt einmal runter zu springen es besauft mich wieder Marktplatz natürlich 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 die Leute einen Arzt aufsuchen doch zum Glück sagt ihr Mann das könnte es vielleicht einen Drang nach für Höhenschaden schaue ich jetzt gleich mal ich glaube jetzt zwar nicht, aber das wäre mega geil und wenn die kutsche der nachbarn schaden na gut alles von vorne magie ein ort der macht ja vorne ich speichere jetzt ich gucke mal schnell ob es sowas ähnlich wie den drang gibt gegen fallschaden nein nope nope nein nein non hm Amen. Amen. Also nicht Freunde, es gibt keinen der uns. Wir haben jetzt gespeichert, deswegen nehmen wir jetzt Voranlauf und hüpfen da runter. Äh. Naja, der macht eine Rolle, wenn wir jetzt was geschafft. Wenn wir einen Meter weiter springen könnten, dann könnten wir es ins Wasser schaffen ohne zu sterben. Ja, ich hüpfe jetzt ein paar mal runter, wenn es nichts bringt, dann schneide ich das wieder raus. Also. Ich guck mal auf der Map, wo am wenigsten ist. Wie eigentlich hier. Oh, ich könnte hier runter hüpfen, kann es vielleicht sein? Vielleicht schaffen wir es. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Pass auf, wir sind in die kleine Anhörung, wo ich runterspringen, stellen wir da schon. Ich will es unbedingt drunter hüpfen. Ich weiß, wenn ich jetzt außen rum gehen könnte, wäre ich schon längst da, aber... da wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich bin hängen geblieben an so'n scheiß Ast. Ja. Ich will doch einfach nur runterspringen wie bei Borderlands, ohne zu sterben. Wir müssen fast gerade raus runterspringen. gehen. Ja. Also letzter Versuch jetzt. Der letzte Versuch. Ah, ich lass es einfach drin. Schaffen wir nicht. Na gut, dann geht es halt einfach anders rum. Haben wir jetzt halt ungefähr, ja, vier Minuten verschwendet. Ist ja auch egal. Lass dich einfach jetzt so drin, schneide ich jetzt nicht raus. Ja. So, jetzt sind wir übrigens am öftersten mal gestorben im Spiel. Hm, da oder da? Hm, das scheint mir kürzer. Das scheint mir etwas kürzer. Wird wohl Regen geben. Oh, nicht schon wieder Regen. Habe ich keine Lust dazu. Überspringen wir mal den Regen. Huch. Bisschen, bisschen gelagged jetzt. 회 azu tor passiert. Irgendwas. F tri. Plötzte, komm halt. Also bei it tent ist ein pferd leicht da, weißt der. Hey. Puh. Wieder mega lag. Gib mir das Wasser, du Kackgaul. Das nenn ich jetzt nur noch Arsch. Weiter so Plätze. Kein Bock mehr. Voll verpackter Scheißgaul. Schlimm über Red Dead. Ey, ey, ey. Oh ja. Hat eh wenig Sinn gehabt hier. Dann mit dem Daul rumzureiten. Kein Greif, oder? Wasser Lysk vielleicht? Oder eher ein Drache. Na gut. Okay. 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 gefackelt ist doch alles so schön wir looten alles klar ich bin doch ins wasser gesprungen das hätten wir echt nie geschafft aber ist egal schnee von vorgestern ey ein Droll ne ist kein Droll